Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich werde die kleine Emma umziehen und bändfertig machen. Genau, viel Spaß dabei! Ich werde die Windel noch wechseln, den Body aber nicht wechseln. Wenn sie in den Langen können sie ruhig anlassen. Die Socken bekommt sie aus. Dann zeige ich euch noch die neuen Schnurler. So, die Hörpeterin. Frische Winde, in der Info ist nur fast eigentlich das Beste. Genau, ich ziehe jetzt diesen Schlaffi an. Den Rüschen unten am Fuß. Ich ziehe euch das. Und dann ziehe ich euch. die ist mit so einem seitlichen trocken zu einer seitlichen druckknopfleiste geht so los vor dem schritten oben sieht er dass sie das so da sind so Röschen drauf oder so Blumen, ich finde den voll schön, gibt da ja nochmal zwei so, hier werden wir jetzt ein bisschen anders den mache ich auch voll gern so, den gebe ich jetzt, den gebe ich hier gleich genau, und jetzt zeige ich euch mal den neuen Schnuller, das ist eben jetzt dieser hier da lächelt sie, ne? das ist einmal diese hier und dann kam eben im Set dieser quasi einmal die Farben durchgetauscht genau, ich versuche das jetzt mal ein bisschen hinzu und ich den kleinen immer reinmache, den mache ich immer so auf ein bisschen dann geht der ganz einfach rein das kann man sogar so machen ja ich glaube wir können auch sehen, die hat auch einen Mund, ne? sie hat einen zu mir schlecht sehen, die ist direkt hier unten ja das war so schön ich hoffe euch hat das kurze Video auch gefallen genau, die habe ich mir eben vor zwei Wochen geholt und ja bis zum nächsten Video tschüss 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 tschüss